Lustig ist das, ne? Lustig. Ja, lustig. Lustig. Die sind lustig drauf. Boom, abgestaubt. Bastarde. Nice trickshot. Hey Leute, willkommen bei den XXL Survival Games. Ja, 64 Spieler sind schon ein Häppchen, sag ich mal. Aber, ja, wir müssen das schaffen hier zu gewinnen oder möglichst viele Kills. Okay, los geht's noch zwei Sekunden, wir rennen schon mal vor. Ja, der hat, nee, der hat kein Hack. Der hat kein Hack, der Typ. Nee, nee, dieser eine Typ, der hat bestimmt kein Hack. Der flog da halt so hin, ne? Der flog da einfach hin. Der chillige Typ da, irgendjemand. Ey, manchmal längst dir echt deinen Kopf. Einer Hack. Nee, der hat bestimmt nicht gehackt. Das war ein Augentäusch und das war leck, weißt du? Oh man, Gott. Diese scheißen Lips, die nichts können außer hacken, hacken, hacken. Scheißhacker. Scheißhacker. Ich sag's immer wieder. Hackers sind scheiße. Komm, dich krieg down. Genau. So, dich hab ich. Na, 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 na. Auftauchen wäre auch mal wieder schlecht. Nee, wär gut, meinte ich natürlich. So. Oh mein Gott. Wenn mich der Hacker tötet. In der vorherigen Runde war auch so ein Scheißhacker. Abstauber. Komm, dich krieg ich noch. Dich krieg ich noch. Dich krieg ich noch. Dich krieg ich noch. Dich. Komm, den bekomm ich noch. Ich sag's euch. Den bekomm ich. Den bekomm ich. Oder den da drüben. Der hat nichts. Er denkt sich, nee, Leben brauch ich nicht. So, der schwimmt auch weg. So, ist mir auch erstmal egal. Weil jetzt haben alle anderen Leute sauviel Equip und so. Was mich jetzt schon wieder derbe aufregt. Aber, naja. Wir schaffen das locker. Locker. Easy. Der Typ denkt sich auch YOLO. YOLO, du wirst sterben. Ey, ich sag's dir. Du wirst sterben. Du wirst sterben. Und ich verfehle ihn. Mann, wie schlecht bin ich eigentlich. Wie schlecht bin ich eigentlich. Kann mir mal sagen, wie schlecht ich bin. Ja, komm. Todesstoß. Komm, den muss ich kriegen. Ja, der schwimmt einfach ewig von mir weg. Aber das ist mir scheißegal. Ich werde dich töten, GB Freaky. Ich werde dich töten. Ich werde dich töten. Okay, ich hab nichts im Inventar. Geil, nichts zu essen. Und er frisst rum. Oh mein Gott. Ultra nervig, der Typ. Oh, down. Er hat sogar noch ein bisschen gelaggt. Nice. Okay, da oben ist der nächste Gegner. Ja, dann schauen wir mal in die Truhen hier rein. Nice. Krass, Leute. Die sind noch voll. Läuft. Läuft. Noch ein Eisenschwert. Braucht zwar nicht, aber... Kann man immer mal wieder gebrauchen, sag ich mal. So, da sind noch mal zwei Truhen. Läuft. Okay, der kommt aus dem Wasser. Eißen Dingens haben wir schon. Okay. Brauchen wir nicht. Boom. Nice. Trickshot. Leute, das war geil. Das war einfach geil. So ein Sniper-Schuss. Das müsst ihr auch mal können. Nein, die Items schwimmen runter. So. Er dachte sich auch, what the fuck, alter. Wie kann der Typ mich treffen? So, jetzt schnell noch die Items hier griefen. Okay, jetzt sammelt der auch mal was auf. Ja, da ist doch irgendwas. Ein Spinnnetz, ein Cobweb. Oh, 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 oh. Wer jetzt mich kennt, der weiß, ich werde irgendeinen Scheiß damit machen. Auf jeden Fall. Irgendeinen Scheiß. So, mal schauen, ob da oben jemand ist. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt einen Scheiß damit machen. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Nochmal Kisten. Nice, alter. Null gelootet alles. Joa, läuft. so da drüben ist der nächste okay, hier ist noch eine Truhe krass krass ist die Quip so okay so, wir nehmen den Kuchen hier rein und dann schauen wir mal okay, da hinten müsste einer sein naja, dann laufen wir erstmal hier oben weil schwimmen habe ich jetzt keinen Bock mehr aber naja so okay okay, hier ist noch eine Truhe, läuft eine Hose habe ich wow, meine Rüstung ist richtig schlecht ja, der eine Typ ist lecker da muss ich mal recht geben und solche Leute hasse ich ich meine, warum müssen hacken? ich meine, so schlecht kann man jetzt echt nicht sein warte mal, wer, was hat der geschrieben okay, Foodieback okay, Foodieback ist vielleicht Hacker ist vielleicht Hacker er ist vielleicht Hacker thanks to the screen oh, den überrasch ich den Typen oh, jetzt hat er mich gesehen oh, schade nice hit Leute, nice hit so, jetzt schnell gegessen selber Gedanke, Bro nice, zerfetzt hat er irgendwas Gutes? ja okay, da drüben ist der Nächste okay immer auf der Hut sein so, jetzt können wir alles wegwerfen weil es wertlos ist bam, bam, bam okay, nächster Gegner so, wir suchen einfach den nächsten Gegner so, in die Minecarts kann man sich glaube ich nicht setzen das wäre zu geil schade, schade okay der müsste da hinten sein unter Deck ist er ja nicht okay, da müssen wir ein bisschen laufen sag ich mal sieben Spieler krass krass, Leute sieben Spieler nur noch okay das ist ja nicht so geil so kommen noch einwillig töten vor dem Deathmatch auf jeden Fall okay, die sind am Spawn hat der eine ja auch gesagt okay, die machen Team okay okay, da ist der fliegende Typ ne, oder? ne, der läuft nur auf den Bäumen oh 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 Gott boah, das das nenne ich einen Krieg krass, Leute hier sind fünf Leute oder so krass nice der Hack, Alter nice Hack nice Hack muss ich sagen merkt man gar nicht dass der Typ hackt Alter was sind das für Spasten komm, das kann doch nicht sein, oder? läuft bei euch ja, machen die jetzt freier Team, oder was? oder wie, oder was? ja, läuft bei denen, Alter zieh das mal rein komm, da schauen wir ein bisschen zu lustig ist das ja, lustig ja, lustig lustig die sind lustig drauf boom, abgestaubt Bastarde so ah, die sind down die Hacker ich wette, der eine kommt ja zu richtig fies rangeflogen schärfe 1 boom Eisenbrust jetzt noch Eisenschuhe läuft bei denen mich mich danke oh ja 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 Leute ne das mach ich auch nicht da hab ich einfach keinen Bock drauf so so easy kill und jetzt die Hackerin ja wow GG Alter GG sag ich nur Händel Alina 7 1 1 naja Leute wenn sie meint sie kommt mit Hacken voran dann ist das toll aber naja so gegen Hacker gewonnen ja da haben wir gewonnen war eine ein bisschen merkwürdige Runde sag ich mal ja die werden wahrscheinlich gebannt aber ja das haben sie auch verdient ich hab gewonnen gegen 3 Hacker läuft bei mir also ciao Leute wenn es euch gefallen hat lasst eine Bewertung da ich weiß das Video war ein bisschen komisch sag ich mal so ein bisschen durcheinander und so ein bisschen hab ich geschwiegen und so aber sind wir mich jetzt ohne scheiß einladen ne ganz sicher nicht und ja ich hoffe die kriegt einen Bann hat sie verdient ich tu nur so weil ich gewinnen wollte gewinnen 64er Runde läuft bei mir gegen 3 Hacker und ja wir sehen uns beim nächsten Mal Leute ciao